Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin einkaufen. Ich habe jetzt Sachen, nicht nur wie hat die Wohnzeit von mir von Amazon, sondern ich habe von Ebay Sachen drin. Ich habe auch bei Markkauf was gekauft und bei Amazon. Also bei Markkauf haben sie gerade im Angebot gehabt ein Amiibo. Also die haben auch ganz viele Amiibos noch von Animal Crossing. Warte mal, die Kamera ist ein bisschen doof. Noch ein Stück höher machen. Von Animal Crossing. Auch ein Dreierpack für 9 Euro und so was alles. Ich habe mir aber einen Yoshi geholt für 14,99 Euro. Den haben die noch in blau und in lila und ich habe glaube ich noch einen gelben gesehen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich habe mir den Woll Yoshi geholt. Für 14,99 Euro. Den finde ich ganz süß. Den kann ich mir dann auch neben die Switch stellen. Und ich habe mir in erster Linie geholt, weil ich einen Amiibo brauche für die Übertragung von meinem Mi. Ich will nämlich, also hier oben steht auch Green Yoshi. Also das ist der klassische Yoshi. Und ich werde von meiner Wii, nicht Wii U, den Mi auf den 3DS übertragen. Und vom 3DS mit Hilfe vom Amiibo auf meine Switch. Die dahinter jetzt steht. Jetzt steht hier die Laptop Tasche. Weil ich für meinen Bruder noch den Laptop machen soll. Also für seine Tochter. Da habe ich mir dann halt den grünen Yoshi geholt. Und für 14,99 Euro. Ich dachte runter. Ich weiß nicht was der normal kostet. Irgendwie irgendeine 34 Euro oder sowas. Und da habe ich gedacht, kannst du nichts verkehrt machen. Dann bei Amazon. Steht hier irgendwo eine Adresse? Ne. Gut. Und weg. Habe ich Dreieckstücher geholt. Ich werde euch auch gleich einen zeigen. In 12er Pack. Und da sind gleich noch so Schnullerbänder mit bei. Ich glaube, dass jetzt Schnullerbänder sind. Ich muss noch mal gleich reingucken. Ich hatte schon mal Dreieckstücher geholt. Und davon waren meine Frau und ich total begeistert. Ne, das sind hier nicht. Oder? Doch. Ne. Ach so, doch. Das wird dann hier oben festgemacht. So. Und das andere ist dann hier unten. Also ist dann lang. Man kann es dann halt auch noch kürzen. Glaub ich. Ne, das geht doch nicht. Kürzen geht nicht. Ist dann halt so. Egal. Und wie gesagt, ich hatte ja schon mal, bevor die Kleine da war oder war sie schon da, so Dreieckstücher geholt. Und jetzt wieder. Die sind auch wohl geeignet, bis sie drei Jahre oder zwei Jahre alt ist. Die haben hier zwei Druckknöpfe auf der Seite. Und hier halt einen. Die, die wir jetzt haben, haben zwei. Aber nicht aus Plastik, sondern aus Metall. Die sind natürlich noch ein bisschen was besser. Die haben, ich weiß nicht mehr, was die kostet haben. Aber die gibt es nicht mehr. Ja, und dann habe ich die jetzt gefunden und die haben auch eine gute Bewertung. Und die sind auch hier doppelt vom Stoff her. Nicht so wie die meisten anderen, wo einfach eine Lage Stoff ist, mit ein paar Druckknöpfen rangemacht und fertig ist. Wobei ich trotzdem schade finde, dass hier nur ein Druckknopf ist. Weil wie gesagt, bei meinem anderen haben wir zwei Druckknöpfe aus Metall. Und zwei Druckknöpfe hält halt noch besser. Da kann sie sich nicht so abziehen. Und bei ihm ein bisschen Kraft, dann ist schon locker. Aber das müssen wir jetzt gucken, denn die Kleine hat ja nicht so viel Kraft wie wir. Da müssen wir gucken, wie sich das im Endeffekt rausstellt. Das ist jetzt hier mit Entchen. Das ist ein 12er Pack. Die kann ich euch auch gleich mal alle zeigen. Gibt es für Mädchen und für Jungs. Dann halt hier mit einer Prinzessin drauf. Dann mit Tatzen in verschiedenen Farben. Ich werde wahrscheinlich nochmal so ein Ding holen, aber von einem anderen Hersteller. Um mal zu gucken, ob es noch welche mit Metallknopf gibt. Weil die meisten fotografieren das leider nicht. Ich werde da auch eine Bewertung zu schreiben bei Amazon. Und halt auch hinschreiben und Fotos vom Druckknopf machen. Dass andere denen es genauso geht wie mir, die sehen können, dass sie Plasterdruckknöpfe sind. Aber erstmal müssen wir testen. Erstmal müssen alle durchgewaschen werden. Hier sind Kirschen drauf. Erstmal müssen die alle durchgewaschen werden. Und dann müssen wir gucken, hier sind kleine Frische drauf. Wie sie sich im Alltag schlagen. Hier sind bunte Herzen. Das ist die leere Packung von dem Tuch, was ich euch gezeigt habe. Was soll das sein? Ich glaube, Torten, so kleine Törtchen. Dann haben wir hier noch mehr Tieren drauf. Löwe. Das Braune soll, glaube ich, ein Elefant sein. Ich habe keine Ahnung. Geht ja nur darum, dass es halt ein bisschen bunt ist und nicht so einfarbig. Ein bisschen Abwechslung, damit das auch aussieht, dass man mehrere Tücher nimmt und nicht immer ein und dasselbe. Weil ich hatte auch Sets gefunden, da waren alle zwölfmal die gleiche Farbe. Das ist jetzt mit Flugzeugen, das ist jetzt nicht so mädchenhaft, aber naja. Und dann haben wir noch eins mit Blümchen, das finde ich ganz süß. So, dann haben wir das. Dann können wir das hier zusammenpacken. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen. Das ist jetzt von Ebay. Also die Dreieckstücher sind von Amazon, das ist vom Marktkauf und das ist jetzt, was ich jetzt zeige, ist von Ebay. Da habe ich nämlich geholt, jetzt muss ich mal gucken, wo es aufgeht, zur Babysicherung für den Schrank. Dann können wir gleich mal nachzählen, ob hier so viel drin sind, wie drin sein sollen. Eins, zwei, ich zeige euch auch gleich eine, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja sind alle drin. Zehn. So und zwar sind das solche hier. Die werden wir auch gleich hier überall in der Wohnung verteilen, beziehungsweise oben bei meiner Frau verteilen. Die haben hier so ein Klebeband, also zum Kleben. Und hier auf der Seite, aber die sehen jetzt wackeliger aus, als ich gedacht habe. Und dann muss man hier rauf drücken. Dann drückt man dann praktisch hier rauf und kann es dann abziehen. Aber das ist ganz billig Plaste. Ich werde es euch verlinken, aber kostet halt nicht viel. Ich habe gedacht, testest du mal. Ja, dann müssen wir mal gucken, was das aushält und ob das was bringt. Wirkt fest zu sein, aber macht einen sehr billigen Eindruck. Da ist jetzt einfach nur Plastik hier. Wartet, dass man das so sieht vielleicht. Hier mit so einer Klammer hier, das ist einfach nur so ein Stück Plaste. Einmal ein bisschen zu weit drückt und dann bricht das hier. Also es macht einen billigen Eindruck. Die, die wir vorher hatten, die haben nicht so einen billigen Eindruck gemacht. Da muss ich mal gucken, dass ich die euch irgendwie verlinken kann. Aber macht halt wirklich, und ich sage sowas nicht ja, aber es macht wirklich keinen hochwertigen Eindruck. Also die sind stabil. Also ich habe jetzt hier dran gezogen wie ein Bekloppter. Also abkriegen tut es das jetzt nicht so schnell. Auch die Nähte. Ne, seht ihr? Da. Der erste ist schon kaputt. Einmal ein bisschen dran gezogen, kaputt. Das ist wirklich ganz billige Plaste. Das ist einmal ein bisschen zu viel dran gezogen und das ist kaputt. Also das geht zurück. Damit bin ich nicht zufrieden. So, die Schnalle an sich, die ist wirklich hier, also es wirkt billig, aber sie hält. Aber der dünne Steg hier, das hier zurück. Reklamation, das ist nicht schön. Schrecklich. So, dann haben wir hier nochmal 20. Von einer anderen Sorte. Und zwar, wir können auch mal hier nachzählen wieviel es hier sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann haben wir noch solche geholt. Ja, wo du dann halt hier drückst. Und dann klebst du das halt dran und dann kannst du halt aussuchen, oben oder unten, wo es dann halt weg geht. Und dann rastest du das wieder ein, das heißt auch für Schränke. Ja. Ja. Ähm. Ja, das war es eigentlich. Mehr haben wir nicht geholt. Das ist ein kurzes, knackiges Ohr, den wir einkaufen. Die Dinger weg behalten. Die sehen auch relativ okay aus. Aber die Dinger minderwertig. Also die sind kacke. Die ist... Und ein Kind hat auch einiges an Kraft. Und da ist... Guckt euch den dünnen Steg an. Das ist... Das ist nix. Also das ist doof. Aber egal. So. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Schlussstrich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch die Links, also Ebay und zu dem Yoshi bei Amazon etwas raussuchen. Ähm. Und die Tücher von Amazon werde ich euch alle unten runter verlinken. Ich werde euch auch die verlinken. Ähm. Und werde darin schreiben, Vorsicht, nicht kaufen. Oder irgendwas. Weil die, wie gesagt, kann ich nicht empfehlen. Die sind so, um den Schrank abzusperren, okay. Aber wenn ein Kind wirklich dran rumzieht, seht ihr, das hält nicht viel aus. Jetzt den Ebay Support mal schreiben, wie ich das Ding zurückschicke. Und da will ich das Geld wieder haben. Da suche ich mir was besseres aus. Da werde ich wahrscheinlich bei Amazon die holen, die meine Frau geholt hat. Weil die sind verdammt robust. Die werde ich euch auch mal... Meine Frau soll mir sagen, wie die heißen. Ich werde euch auch mal unten runter verlinken. So. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder Stream. Bis dahin bin ich erstmal weg. Ahoi. Es hat euer Odin. Odin! 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 OITZTEST